Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier in der neuen Reithalle hier im Pferdesportpark Magna Rasino. Zum ersten Mal hier ein internationales Hallenreitturnier und bei uns steht schon der Sieger des großen Preises hier beim internationalen Turnier, Michelle Hendricks. Gratulation und Michelle Hendricks, ich glaube zum ersten Mal hier in Ebrechsdorf am Start. Ja, danke erstmal. Genau, das ist das erste Mal, dass wir hier sind. Wir haben jetzt zwei Wochen Österreich gemacht, letzte Woche Wiener Neustadt, diese Woche hier. Das ist uns sehr gut gefallen und es war ein schöner großer Preis, guten Sieg. Es war alles gut. Was sagst du zu den Bedingungen hier? Es ist doch das erste Mal hier in der Halle geritten worden auf einen neuen Boden. Ja, ich hatte schon viel von gehört, von der Außenpiste und alles und das war nur positiv. Und wenn wir hier angekommen sind, den ersten Tag, das war auch hier die Halle, das ist perfekt. Super Bedingungen und für Zuschauer, aber auch für Reiter und Pferde, alles sehr gut. Jetzt findet dann ja zum vierten Mal die Magna Rasino Springtour, dann im April, Mai statt. Wirst du da vielleicht auch hier nach Ebrechsdorf anreisen? Die Chance ist groß. Ja, aber uns würde es freuen, wenn Michelle Hendricks auch dann bei der Magna Rasino Springtour an den Start gehen würde. Und in diesem Jahr, wie geht es da noch weiter? Erst geht es weiter. Nächste Woche haben wir ein internationales Turnier in Holland, dann die Woche danach noch in Belgien. Da müssen wir ein bisschen einen Plan machen für nächstes Jahr und dann draußen, das ist noch weit weg, müssen wir noch mal überlegen. Dann danke fürs Kommen nach Ebrechsdorf. Nochmals herzliche Gratulation zum Sieg im großen Preis. Danke.